Hallo, ich habe das gerade oder vorhin in den Kommentaren gelesen. Dieses Video ist das offizielle Video zu Ihr entscheidet, was die Maya isst? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ich mal essen soll. Es gibt gewisse Voraussetzungen dafür. Und zwar die erste ist, es darf nicht zu teuer sein, sonst kann ich es mir nicht leisten. Die zweite Voraussetzung ist, es sollte nicht zu ausgefallen sein, sondern man sollte es durchaus in einem normalen Supermarkt kriegen. Und die dritte Voraussetzung ist, es sollte glutenfrei sein oder zumindest so umsetzbar, dass ich es glutenfrei machen kann. Wenn jetzt irgendjemand erzählt, der isst doch ein Sandwich mit Salami und Senf obendrauf und Gürkchen oder so, dann kann ich das natürlich auch machen. Dann besorge ich mir halt glutenfreies Brot. So in der Art. Aber wenn es jetzt irgendwie der super krasse Donut ist von irgendwas, dann kann ich es halt nicht umsetzen, dann kann ich es halt nicht probieren. Und was sehr wichtig ist und da appelliere ich an euch, schreibt mir halt keinen Scheiß in die Kommentare. Denkt jetzt nicht, hehehe, ich schreibe jetzt der Maya, sie soll mal ein Toastbrot essen mit Mayonnaise, Himbeeren, Schokoflocken und Senfcreme oder so, wo ich dann anfange rumzukotzen, sondern das sollten schon auch Sachen sein, die ihr auch wirklich esst. Ich weiß, da gibt es auch absurde Kombinationen, ne? Aber dafür bin ich auch offen. Aber ich bin nicht offen für Scheiß. Und deswegen schreibt mir gerne mal die Kommentare hier drunter, die Community Challenge, wie eine Person es meinte, was ich denn mal essen sollte, einen Tag lang oder so. Dann werde ich ja einen Tag mal halt das essen, was ihr mir so vorschlagt. Ja, wann das Video dann kommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht in einer Woche, vielleicht in zwei Wochen. Aber schreibt mir das hier mal drunter. Ich werde mir das merken und dann werde ich das zu einem gegebenen Zeitpunkt mal umsetzen. Aber dafür brauche ich jetzt auch eure Beteiligung. Wenn jetzt nur einer was drunter schreibt, ist es ja blöd. Also ich brauche schon hier auch diverse Vorschläge und Ideen. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und ich bin gespannt. Auf Wiedersehen.